Ich bitte euch wirklich, nicht die Hoffnung zu verlieren, nicht den Mut zu verlieren, daran zu glauben, dass wir gemeinsam es schaffen können, mit einem Volkskanzler Herbert Kickl, mit einem Volkskanzler Herbert Kickl, mit einem freiheitlichen Landeshauptmann und mit euch gemeinsam unsere Heimat zu erhalten, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder und für die Generationen danach.